Es könnte so geil sein, Leute. Stellt es euch einfach mal bildlich vor. 2025 öffne ich mit euch den ersten DJI Souls Laden der Welt. Du kommst rein auf den Dancefloor und siehst mich vorne direkt auf zwei kalten Turntables für dich, die Suites auflegen. Wenn es gut rollt, dann danach hoffentlich auch in deiner Stadt. Ich persönlich will und werde in dem ersten Eisladen absolut nichts verdienen, mir persönlich also kein Gehalt auszahlen. Es soll euer Laden werden, also der Laden der DJI Souls Community und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit dieser Traum Wirklichkeit wird. Du kannst dem Abenteuer und mir ab jetzt noch näher sein und es mit unterstützen. Ab heute gibt es endlich die DJI Souls Kanalmitgliedschaft mit tollen Extras für dich. Ich versuche es kurz zu machen, es gibt fünf verschiedene Stufen. Erstmal die silberne Rolle. Hier bist du immer dabei, was so hinter den Kulissen abgeht. Ich gebe dir exklusive Einblicke, wie das Leben als Eisholer so ist und du bekommst tiefe Einblicke, wie denn der erste DJI Souls Laden entsteht. Und damit nicht genug, immer wenn du kommentierst, steht neben deinem Namen so eine bunte Eisrolle. Die Farbe ändert sich dann, desto länger du dabei bist. Somit fällt dein Kommentar auf und ich kann ihn schneller sehen und beantworten. Zudem kannst du in den Comments bunte Eisholz Emojis nutzen und dich von anderen abheben. Aber das Schönste ist, mit deinem kleinen Beitrag unterstützt du das Ladenprojekt DJI Souls 2025. Dafür möchte ich dir schon mal ganz herzlich Danke sagen. Was aber gibt es für dich in den anderen Stufen? Die zweite Stufe der Kanalmitgliedschaft ist die goldene Rolle. Hier habe ich richtig viel Arbeit reingesteckt. Alles aus der silbernen Stufe davor ist natürlich mit enthalten. Bei der goldenen Rolle bekommst du einen exklusiven Zugriff auf diesen achtteiligen neuen Videokurs, den ich gemacht habe. Der richtet sich an kompletter Anfänger bis fortgeschritten, wie man mit einer kleinen Maschine Eisholz am besten macht und vieles mehr. Auf jeden Fall schütte ich da mein ganzes Wissen über Eisholz aus und teile mit dir die besten Tipps und Hacks. Ich verspreche dir, danach kennst du dich richtig gut im Eisholz-Game aus und überrasch deine Lieben zu Hause mit super leckeren Eisholz. Und falls du noch mehr Fragen hast oder deine Ergebnisse teilen möchtest, dafür habe ich eine Facebook-Gruppe erstellt. Da schaue ich persönlich dann auch jeden Tag rein, um eure Fragen zu beantworten, aber ihr könnt euch auch gegenseitig austauschen und Bilder hochladen. Auch in der dritten Stufe der Platinrolle hast du alle Vorteile der ersten zwei Stufen natürlich mit dabei. Mit dazu kommt eine ganz persönliche DJ Eisholz Audio-Kruise-Botschaft, die ich natürlich davor mit dir abspreche und mit der du jemanden überraschen kannst. Die vierte Stufe ist die Diamantrolle. Wie immer hast du natürlich auch hier alle Vorteile der vorherigen Stufen mit dabei. Das Besondere ist aber, dass du hier die Wahl hast. Entweder ich sende dir eine persönliche Video-Kruise-Botschaft zu oder dein Name oder der Name eines Liebsten wird mit Soße auf das Eis geschrieben bei einem offiziellen Short-Video, was überall veröffentlicht wird, wenn du willst. Auch in der letzten und höchsten Stufe sind alle bisherigen Vorteile mit am Start. Bei der Kryptonit-Rolle kriegst du was ganz Besonderes. Ein ganz eigenes, dir gewidmetes Short-Video mit Namensnennung. Ich rolle dir deine ganz persönliche Eisrolle hier auf der Platte und das erscheint dann nach Absprache, wenn du das willst, ganz offiziell auf all meinen Kanälen. Natürlich nur für Privatleute, also keine Werbung. Ich hoffe, dass irgendwas für dich dabei war. Es wäre mir auf jeden Fall eine Ehre, dich an Bord zu haben. Falls nicht, absolut kein Ding. Du unterstützt mich auch, indem du die Videos schaust, likest, kommentierst oder ein Abo dalässt. Und keine Angst, es wird alles so bleiben, wie es ist. Es wird weiter Shorts geben und alles weiter wie gehabt. Nur für den Fall, dass du den DJ Eiswurls Traumladen 2025 mehr supporten möchtest und einen tiefen Einblick hinter die Kulissen des Abenteuers bekommen willst, dann kann ich dir die Kanalmitgliedschaft nur ans Herz legen. Und wenn du dich mit deinem Namen auf der ersten XXL-Rollofame unsterblich machen möchtest, startet bald eine Crowdfunding-Kampagne. Sobald die live ist, wirst du das überall verlinkt sehen. Wenn du immer auf dem allerneuesten Stand bleiben möchtest, dann folg mir auf Insta-Stories. Ich habe auch eine DJ Eiswurls WhatsApp-Gruppe, die ist auch im Linktree verlinkt. Und ich habe einen Insta-Channel, da kommen auch immer alle News. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Support, egal in welcher Weise. Let's roll, dein DJ Eiswurls.